Hi, ich bin Denise Austin. Willkommen zur Yoga Body Power. Mein Training besteht aus vier verschiedenen Workouts. Einer für die Fettverbrennung, der nächste für schlanke Beine, ein weiterer für Bauch und Taille und schließlich der Teil, der dich jung halten und erfrischen wird. Jeder Workout ist in sich abgeschlossen. Du kannst das gesamte Programm machen oder die Teile miteinander kombinieren. Wie immer du möchtest. Viel Spaß bei den Übungen. Okay, und jetzt die Zehen aufstellen und nach oben drücken. Prima, der Halbmund. Kraftvoll, stark, perfekt. Das macht die Beine schön und fest. Und langsam die Hände zum Boden. Wirklich weit in die Bewegung hineingehen. Das strafft die Beine und hält sie schlank. Mach kräftige Bewegungen. Und nochmal, ein letztes Mal. Und jetzt so halten. Weit, weit, weit. Den Fuß drehen und die Arme weit über den Kopf strecken. Weit, weit. Von Kopf bis Fuß. Geh weiter in diese Streckung. Du fühlst den Oberschenkelmuskel und seine Kraft, die dich ganz hält. Nun die Hand auf die Hüfte legen. Mit den Fingern die Zehen umfassen und das Bein ausstrecken. Bauchmuskeln anspannen. Rücken entlasten. Sehr gut. Aufrecht. Und jetzt langsam nach vorne beugen. Die Wirbelsäule ist beweglich. Den Arm weit herum nehmen und hinter den Rücken legen. Den Oberkörper drehen. Aufrecht. Wir werden wie an einem Faden nach oben gezogen. Und zurück. Und nun zur anderen Seite heben. Und rüber. Und nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020